das sieht aber das sieht aber scheiße aus der w-level 1 ist von den meisten range creep secured muss ich sagen ja das sowieso also w-level 1 ich glaube ich glaube ich glaube da muss ich glaube ich muss ja nicht weglaufen nee nee das ist ja das ist nicht mega scheiße ohne ja keine ahnung und wenn ich kai war also so sparen kostet die man am vergleich und kuh securten auch safer als man schaub du hast keine ahnung so wie ich will und hier nun passt oder nicht die wohnung bleibt so wie sie ist ich hab doch gerade sagen der w securten safer als das waspackelebel 1 du hast ja ich weiß man wann 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 ist das ist höchst höchst erforderlich kleiner autismus anfall kleiner karmik ich versuche gerade nur content für dich aus das ist höchst höchst erfreulich also auf einer lane wo ich mehr angst hätte zu sterben würde ich wahrscheinlich auch über cool level 2 nachdenken aber die content maschine würdest du sagen die lane ist gefährlich nee wieso bist du denn schon einmal gestorben du machst das schon wo die Was ist denn los hier, Holger? Hey, bait mal was, Kamek. Ja, fast. Ich sage nix, sage nix. Beruhig dich, Henning. Hin und wieder muss man halt einfach das Risiko nehmen. Wie? Schon wieder O, oder was? Wollte ich nehmen, wie es? Können wir die O's jetzt nicht mehr haben? Gleich eins aufs Maul. Boah, ich glaube, wenn Lobo einmal hinter dem Chor steht und nicht immer ein Jungle-Camp hat die ganze Zeit, dann ist das schon klein. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was zu tun ist. Glaube ich auch nicht der Tatsache entsprechend, was passiert ist. Also, du hast nicht einmal hinter dem Chor und hast immer ein Kamek. Ja. Oder... Ulti oder irgendwas. Das geht doch nicht! Das ist ein Watch-Channel übrigens. Das ist ein Gameplay-Channel übrigens. Bitte liefen Sie den Channel, danke. Kannst du das gerne? Das ist ein Watch-Channel. Das ist ein Watch-Channel. Das ist ein Watch-Channel. Pass auf, du weißt, was hier abgeht, Frau Lantino. Und ich lass mir von dir hier nicht länger was kaputt machen. Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder du packst deine Tasche und gehst. Das ist ein Watch-Channel. Das ist ein Watch-Channel.